Moin Moin Leute, mein Name ist Sergio aka ReFaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Free2Play Review. Diesmal habe ich mir für euch Rift angeschaut. Rift ist ein Free2Play Online MMO, welches erst seit ungefähr zwei Monaten wirklich Free2Play ist und davor zwei Jahre lang ein Abo-MMO war. Bereits zu Abo-Zeiten habe ich das Spiel über ein Jahr lang gespielt, habe dann aufgehört aufgrund der Abo-Gebühren und möchte euch jetzt mit meinem Review zeigen, wie gut ist das Spiel noch jetzt nach knapp zweieinhalb Jahren, macht es Spaß, lohnt sich der Download und was für Einschränkungen muss ich als Free2Play Spieler hinnehmen. Ich hoffe ich kann euch mit meinem Review ein kleines Bild zeigen und euch eventuell zum Download bringen oder ihr denkt euch, okay ist vielleicht doch nichts für mich. Also schauen wir mal rein. Die Story von Rift ist recht schnell erklärt und man merkt ein wenig das Alter des Spiels an, denn es kommt aus einem Jahr, wo World of Warcraft von vielen MMOs angegriffen wurde, welche alle sehr ähnlich vom Aufbau und ich sag mal vom Gesamtkonzept her waren. In Rift startet ihr in der Zukunft, diese Zukunft ist vom Re-Modus komplett zerstört und von zwei Fraktionen, die sich gegenseitig bekriegt haben. Ihr als Außerwählte werdet wiederbelebt und versucht in die Vergangenheit geschickt zu werden, um dort irgendwie den Lauf der Zeit ändern zu können und die Welt zu retten. So viel sei zu der Story einfach nur gesagt, ich will nicht viel mehr ausholen, da hole ich vielleicht ein bisschen zu viel aus den Quests und aus der eigentlichen Story raus. Die ist eigentlich ganz gut in Szene gesetzt und wird nicht wirklich langweilig. Also wer auf Story steht, in Online-Rollenspielen, was meistens wirklich ein großer, großer Teil davon ist, der wird bei Rift auf jeden Fall seinen Spaß haben. Bei den Klassen ist es schon ein bisschen anders in Rift, aber ich fange mal erstmal mit den Fraktionen an. Davon gibt es nämlich zwei, einmal die Wächter, die sozusagen die Guten sind und einmal die Skeptiker, die eher die Bösen darstellen. Und man merkt auch wieder hier eine Parallele zu World of Warcraft, zumindestens zu Legacy, also das Original World of Warcraft vor Burning Crusade und noch vor den ganzen Änderungen. Denn je nachdem, welche Fraktion ihr nehmt, habt ihr auch eine bestimmte Rasse, die ihr wählen könnt. Nehmt ihr die Wächter, könnt ihr wählen zwischen Matosianer, was eigentlich die Menschen sind, zwischen den Hochhelfen und den Zwergen. Wenn ihr einen Eth, einen Kelari-Elfen oder die Bami, so raubtierartige Wesen, spielen wollt, müsst ihr die Skeptiker wiederum nehmen. Und was die Klassen angeht, da ist bei Rift, wie es so schon heißt, die Flexibilität einfach unglaublich groß. Also eigentlich habt ihr die Wahl zwischen vier Basisklassen, die auch bekannt sind. Ein Schurke, ein Krieger, ein Kleriker oder ein Magier. Jeder von diesen Basisklassen hat aber selber noch acht Unterklassen. Die werden in Rift Seelen genannt. Mit den Seelen könnt ihr dann letztendlich doch entscheiden, in welche Richtung eure Klasse geskillt wird. Also sowas wie ein Skillbaum bei World of Warcraft. Für das PvP gibt es sogar noch eine ganz extra Seelen, die nur für PvP und für diese Klasse gedacht ist, die auch durch PvP freigeschaltet werden kann, aber sogar im PvE genutzt werden kann, wenn ihr es wollt. Von den acht möglichen Seelen sind insgesamt maximal drei auf einmal aktiv. Was heißt das letztendlich? Ihr könnt von drei verschiedenen Seelen immer bestimmte Punkte skillen und das Beste sozusagen aus den Seelen rausholen. Das gibt eine unglaubliche Vielfalt an Skillungsmöglichkeiten und an Entscheidungsfreiheiten für euch, wie ihr eure Klasse spielen wollt. Finde ich total cool. Insgesamt gibt es 51 Seelen pro Seele, aber schon ab 31 von diesen investierten Punkten habt ihr sozusagen den letzten Skill, den stärksten Skill der Seele für euch. Ihr seht aber, insgesamt ist es egal, was für eine Klasse ihr nehmt. Ich habe zum Beispiel für meinen Review einen Kleriker genommen, den habe ich aber ein bisschen als Schamane gespielt, was er letztendlich zu ihm zu einem Dot heilenden mit einem Zweikampf oder Zweihandhammer kämpfenden Kleriker Damage Machine gemacht hat. Also das finde ich sehr cool und muss sagen, rechne ich Rift auch sehr hoch an. Zu den Seelen bleibt dann noch zu sagen, dass ihr insgesamt vier Rollen machen könnt. Eine Rolle besteht immer aus drei verschiedenen Seelen und die könnt ihr euch abspeichern. Bedeutet, ihr könnt immer hin und her wechseln und schauen, okay, was möchte ich jetzt spielen. Auch besonders für Instanzen sehr interessant, weil zum Beispiel könnt ihr dann als Kleriker sagen, ich gehe als Tank rein, ich gehe als Damage-Dealer rein oder ich gehe als Heiler rein. Eigentlich kann jede der Hauptklassen auch jede Art von Spieler sein. Das heißt, auch ein Schurke kann ein Heiler sein oder ein Tank. Ich muss sagen, zu meinen aktiven Zeiten war ich mit vielen Schurken unterwegs, die super Tanks waren. Sehr ungewohnt, wer diese klassische Rollenverteilung kennt, aber das hat Rift ausgemacht damals und macht es heute immer noch. Okay, was gibt es im Gameplay-Bereich von Rift zu sagen? Zu den Quests möchte ich gar nicht so viel sagen, denn Rift war schon damals und ist es auch heute noch. Ein Spiel, was das Quest-System überhaupt nicht irgendwie revolutionieren wollte, sondern sich wirklich an den alten, bekannten und erfolgreichen World of Warcraft gehalten hat. Was es zu ihren Quests eventuell zu sagen gibt, natürlich, geh hier hin, töte das, mach das, bring mir mal das, vielleicht verhörst du auch nochmal den und benutzt diesen oder den anderen Gegenstand. Das kennt man alles, aber ihr solltet wirklich aufpassen, wenn ihr eine Quest auslasst, weil ihr sagt, okay, ich bin in diesem Gebiet schon sehr hoch, die will ich gar nicht machen. Es gibt sehr, sehr viele Folge-Quests. Das bedeutet, Quests, die auf andere Quests aufbauen und so können euch ganze Handlungsstränge später fehlen oder ihr seid mit Kumpels unterwegs und sagt, ja, die Quest will ich auch machen und habt keine Ahnung, wo sie herkommt. Das ist so ein Punkt, den es zu beachten gibt bei Rift, aber ansonsten, was Quests angeht, ist es wirklich ganz normaler Alltag im MMO-Bereich. Was anders ist, ist halt das, was den Namen des Spiels ausmacht, und zwar die Rifts oder auf Deutsch die Risse. Das kennt man zwar mittlerweile auch, das war aber damals wirklich ein bisschen neu. Ihr seid einfach unterwegs in eurem Gebiet und auf einmal taucht irgendwo ein Riss auf. Aus diesem Riss kommen dann Gegner und ihr habt eine bestimmte Zeit, in der ihr den Riss besiegen könnt. Das sind meistens verschiedene Wellen. Als Beispiel, ihr kommt hin im Low-Level-Bereich und da sind vier Gegner oder acht Gegner, die ihr töten müsst. Tötet ihr diese acht Gegner, kommen neue Gegner dazu, die ein bisschen stärker sind und das Ganze steigert sich dann so, bis der sozusagen Endboss des Rifts kommt und euch dann besiegt, beziehungsweise ihr ihn besiegt, wird der Rift geschlossen, ihr bekommt eine Belohnung und jeder andere Spieler, der da mitgemacht hat, auch. Also das Ganze wird ein bisschen nach dem geregelt, wie viel ihr für die Schließung des Rifts gemacht habt. Das ist immer auch ganz cool, weil ihr besonders durch diese Rifts dazu mehr oder weniger gezwungen werdet, Gruppenspiel zu betreiben. Ihr müsst in keine Gruppe rein, ihr könnt einfach alle draufkloppen und jeder hat was davon. Und so finden sich auch ganz schnell viele Spieler an einem bestimmten Punkt der Karte. Aber ein normaler Rift ist noch nicht alles, denn was schon damals sehr innovativ war, doch in diesem Bereich war und ist immer noch die Tatsache, dass wenn ein Rift einfach so dagelassen wird, er wird immer größer. Das heißt, irgendwann fangen die Rifts-Kreaturen auch an, NPCs anzugreifen und ganze Städte platt zu machen. Es kann sein, dass ihr in ein Gebiet reinkommt, wo vielleicht jetzt seit ein, zwei Wochen wirklich keiner unterwegs war und keine Rifts platt gemacht hat und es ist so gut wie nichts mehr da und ihr müsst euch erstmal zurückkämpfen und die Rifts letztendlich schließen. Diese Rifts werden auch immer stärker, umso mehr Spieler dabei sind, also passt sich das Ganze ein bisschen an der Gruppenstärke und an den aktiven Spielern in den Gebieten an. Eine Sache gibt es aber noch zu den Quests zu sagen. Rift hat nämlich mit dem letzten Patch ein sehr cooles Ding bekommen. Das nennt sich irgendwie Schnellquesten oder Schnellaufgaben. Wenn ihr das auswählt, das könnt ihr von überall aus der Welt auswählen, so ungefähr wie das PvP auch, dann kommt ihr direkt in einen instantierten Bereich mit einem Raid, das heißt mit anderen Spielern, die dort sich auch angemeldet haben und könnt damit eigentlich noch ein bisschen schneller leveln als mit den normalen Quests. Das ist vor allem für die Spieler gedacht, die schon High-Level-Charts haben und ein paar Charaktere nachleveln wollen. Für Spieleinsteiger wie mich, die das Spiel eigentlich schon kennen, ist das perfekt, weil ich damit schnell level, schnell meine Skills kennenlerne und auch als ihr ein oder andere Quests macht. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr werdet dann in den Gebieten, in dem ihr seid, einfach instanziert reingeschmissen und dann kommen eine Art Events nach und nach, die ihr als Raid nach und nach abarbeitet. Das gibt euch Quests, EPs, Gegenstände und natürlich ganz, ganz, ganz schnell neue Levels. Also es ist eine richtig coole Sache, besonders wenn ihr nicht Lust habt, von ganz zäh das Ganze hochzuleveln. Okay, ich habe mit den Quests sogar direkt angefangen und mit den Rifts, wie sieht es aus mit der Steuerung. Das ist ein Punkt, auf den ich gerne eingehe, besonders weil ich jemand bin, der nicht so auf diese altmodische WoW, ich klicke und nutze ein Skill-Steuerung steht, sondern eher so ein bisschen mehr Action-geladene Steuerung, wo man mit der Maus selber die Schläge und das Blocken machen kann. Das ist bei Rift nicht der Fall. Rift ist wirklich ein oldschool, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Online-Rollenspiel, der wirklich nur auf die alte, bekannte WoW-Steuerung aufbaut. Bedeutet, ihr habt viele verschiedene Skills und davon habt ihr wirklich eine Menge, dadurch, dass ihr verschiedene Skill-Bäume auch noch skillen könnt. Diese sind in euren Leisten. Ihr könnt mit einem Links-Klick, könnt ihr euren Gegner aussuchen oder mit Tab durchzappen und dann eure Skills nacheinander dann rauskloppen. Ist nichts Besonderes, funktioniert aber einwandfrei. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Es ist auch nicht so, dass sich das Ganze irgendwie hakelig oder altmodisch anfühlt. Es ist einfach ein anderes Spielgefühl als in Dragons Profit zum Beispiel, was nicht heißt, dass es ein schlechtes Spielgefühl ist. Der Gameplay-Bereich vom Rift bietet euch aber noch viel mehr als einfach nur stumpfes Questen. Es gibt natürlich auch Instanzen und die Experten-Modus. Also ab Stufe 16 könnt ihr direkt in 10 Instanzen von bis zu 5 Spielern rein. Nein, die sind abwechslungsreich, die machen Spaß und auch ich habe in meinem Low-Level-Bereich, sage ich mal, immer noch sehr viele Spieler gefunden, mit denen man dann zusammen reingeht. Es gibt auch so eine Art Dungeon-Finder-Tool. Das heißt, das Spiel ist belebt, es ist immer noch was los und es lohnt sich auch. Ihr müsst ungefähr immer 45 Minuten für so eine Instanz einplanen, was für viele neue MMO-Spieler immer verdammt lang ist. Muss ich sagen, also sage ich hier wirklich nochmal explizit, weil mir das schon aufgefallen ist. Und früher, also ja, ich bin ein bisschen älter, da sagt man auch, ja, früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser, zum Beispiel die Grafik nicht, aber das kommt ja noch. Aber früher war das so, wenn man zum Beispiel in World of Warcraft Karazan raiden wollte, da hat man erstmal zwei Stunden gewartet, bis alle da waren, dann nochmal eine Stunde, bis alle wirklich auch die Items und die Buffs dabei hatten oder das Buff-Food, was sie gebraucht haben. Und dann hat man sich nochmal drei bis vier Stunden durch diese Instanz gewiped. Also man ist ständig gestorben und hat es immer und immer wieder versucht. 45 Minuten für eine Instanz ist eine gute Zeit. Das heißt, die Instanz ist entweder knackig genug, dass sie nicht zu schwer ist und nicht zu leicht und viele der neuen Spieler sagen, oh ne, 20 Minuten habe ich nur, ich habe es eigentlich nicht viel geschafft. Leute, genießt das Spiel. Ich sage es hier nur nochmal, weil ich erfahrungsgemäß andere Sachen schon erlebt habe. 45 Minuten ist eine gute Zeit. Also die Instanzen sind cool, machen Spaß. Und es gibt davon halt noch diese Experteninstanzen, das heißt, wenn ihr den maximalen Level erreicht habt, könnt ihr das Ganze nochmal in einen etwas schwierigeren Herausforderungsgrad angehen. Auf Punkte wie Bewegungsgeschwindigkeit, Fortbewegungsmöglichkeiten wie die Portalen oder auch die ganzen Reittiere brauche ich hier nicht eingehen. Das wurde in anderen Tests und auch zu Vortests von Rift schon weit und breit getreten. Nein, das Einzige, was ich hier noch ansprechen möchte im Gameplay ist dann das PvP. Ich bin ein Spieler, der gerne und viel PvP spielt und auch in Rift ist das dabei und es ist gut. Also ab Stufe 50 gibt es dann ein Rangsystem, den man auch wie immer aus World of Warcraft kennt. Rift handelt sich da sehr, sehr nah dran an World of Warcraft, was nichts Schlechtes sein muss. Aber auch für, ja, lowere Spieler gibt es immer was. Ab Stufe 10 gibt es das erste von insgesamt vier Schlachtfeldern und da ist es einmal 10 gegen 10 und da wird es um ein Artefakt geprügelt. Bedeutet, wer dieses Artefakt hat, der muss beschützt werden und einzig gehen Tickets runter. Alle 10 Level, also beziehungsweise auf 20, auf 30 und dann auf 50, kommt immer ein neues Schlachtfeld dazu. PvP macht Spaß, funktioniert und ist wirklich ein cooler Teil von Rift. Wer auf PvP à la World of Warcraft steht, der wird in Rift auch seinen Spaß haben. Okay, die Technik von Rift. Man muss bedenken, Rift ist nun mal mittlerweile über zwei Jahre alt. Wie sieht sie mit der Technik aus? Die Grafik ist wirklich okay und sehenswert. Da ist eine Menge mit dabei. Es gibt mir natürlich mittlerweile grafisch bessere Spiele, was aber jetzt nicht unbedingt was Besseres sein muss. Die Grafik von Rift passt zu den Gamen, passt irgendwie zu dem Gesamtkonzept. Es sind eine Menge Details, die Skills sehen cool aus, die Rüstungen sehen gut aus. Und insgesamt gefällt mir das Spiel auch nach zwei Jahren immer noch sehr gut. Es wird hier und da immer noch ein bisschen mit Updates gefeilt. Das heißt, erwartet nicht ein super altes Game, sondern ein Spiel, was sich sehen lassen kann. Ansonsten, Sound ist cool, also es passt. Was nicht so vertreten ist, ist eine Soundausgabe. Finde ich immer persönlich ein bisschen schade. Hier und da erwarte ich mir doch ein bisschen mehr Gesprochenes als nur Lesen. Das Questsystem funktioniert einwandfrei. Ihr habt einen Questhelper, der euch immer zeigt, wo ihr hingehen müsst, wo ihr was findet, wo die Gegner sind, die ihr besiegen müsst. Gruppensystem ist okay und insgesamt passt das wirklich ganz gut von der Technik von Rift. Auch etwas ältere Computern würden damit zurechtkommen. Aus dem Grund habe ich hier eigentlich nichts zu beanstanden. Die Free-to-Play-Einschränkungen Ein Punkt, der den meisten MMOs wirklich das Genick bricht und besonders MMOs, die aus Abo-Modellen kommt. Man hat, bestes Beispiel dafür ist Age of Conan. Das hat zu Abo-Zeiten schon nicht funktioniert und als sie zu Free-to-Play umgestellt haben, wurde es so unfair und so pay-to-win, dass das gar nichts mehr ging. Rift geht da einen anderen Weg und ich muss sagen, von vornherein, Leute, das Spiel ist einfach nur fair. Erster Punkt, der wirklich zeigt, wie fair das Spiel ist. Vor einer geraumer Zeit kam ja das Add-on Storm Legion für Rift raus. Als Free-to-Play-Spieler könnt ihr sämtliche Inhalte von Storm Legion trotzdem spielen, ohne einen Cent auszugeben. Nicht so wie zum Beispiel bei Star Wars The Old Republic, wo ihr zwar bis zum High-Level spielen könnt, ohne Geld wirklich auszugeben, aber dann im High-Level-Content Schluss ist und die sagen, okay, wenn du jetzt noch weiter spielen willst, wenn du jetzt raiden willst, wenn du jetzt was machen willst, musst du zahlen. Rift macht das nicht. Rift sagt, Leute, ihr wollt spielen, spielt es. Ihr wollt Geld ausgeben, wenn ihr Bock drauf habt, macht ihr das, aber ihr müsst es nicht. Und das ist wirklich so, denn die haben sogar ein paar Tricks eingebaut, womit Hardcore-Spieler von Rift nicht benachteiligt werden zu Casual-Gamern, die einfach Geld ausgeben. Ihr könnt zwar in Item-Shop neben den typischen Kostümen und Boosts und Mounts und Begleiter und was weiß ich und Schriftrollen kaufen, könnt ihr auch wirklich Ausrüstungsgegenstände kaufen, auch für High-Level, aber selbst die gekauften Ausrüstungsgegenstände sind nicht so gut, wie die, die ihr aus dem Raid rausholt. Und aus dem Raid könnt ihr den nur rausholen, wenn ihr spielt. Also das könnt ihr euch auf keinen Fall kaufen und es gibt keine Vorteile, wenn ihr euch was kauft, weil sämtliche Ausrüstungsgegenstände, die gekauft werden können im Shop für Echtgeld, können auch von euch durch Farmen gekauft werden oder für Gold gekauft werden, den ihr erfarmt. Das Einzige, was man sagen muss, ist wirklich, ihr braucht deutlich länger, ihr müsst viel Zeit investieren, das ist aber vollkommen okay und fair. Es gibt keinen Punkt, wo ich jetzt sagen würde, dafür müsst ihr jetzt Geld bezahlen. Klar, Leute, die immer noch Abo haben, das ist immer noch möglich, oder die mal Abonnenten waren oder aktive wie auch passive Abonnenten, heißt Leute, die zur Umstellung gar nicht mehr aktiv gespielt haben, die haben ein paar kleine Vorteile, die haben ein paar mehr Taschen, die haben ein bisschen Bonus auf bestimmte Shop-Währungen und ähnliches. Aber wenn ihr neu einsteigt, seid ihr eigentlich auf einem Level mit jedem anderen Spieler, der neu einsteigt oder der mal dafür bezahlt hat. Und ich finde, Rift hat in diesem Bereich wirklich alles super gemacht. Mein Fazit zu Rift Free2Play, ja, es ist ein Online-Rollenspiel, dadurch gefällt es mir sowieso, weil ich Online-Rollenspiele immer gern gespielt habe und es immer noch tue. Rift ist nun mal zweieinhalb Jahre alt. Ist das schlimm? Nein. Ist das altmodisch? Eigentlich auch nicht. Es ist einfach nur so, dass mir die Steuerung persönlich zwar liegt, aber nicht das ist, was ich heutzutage von einem MMO erwarte. Das ist aber wirklich von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ich bin jemand, der steht auf Action-geladene Steuerung, wo ich viel selber direkt beeinflussen kann und wo meine Reaktionsfähigkeit vielleicht auch ein bisschen mehr gefragt ist. Rift ist ein guter WoW-ähnliches MMO, der halt noch auf eine andere Art von Steuerung basiert, dafür dort aber wirklich alles bieten kann. Wenn ihr allein eure Talentbäume so aufbaut, wie ihr es gerne wollt, dann habt ihr so viele Skills, die ihr nutzen könnt, dass ihr wirklich alle Tasten der Tastatur zum Teil nutzen könntet. In dem Bereich ist es von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ich würde aber euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr Bock auf ein grundsolides MMO habt, was eine Menge bietet, sei es Instanzen, Dungeons, Quests, PvP, eine schöne, coole, große Welt, Telara, lohnt sich wirklich mal reinzuschauen. Also dann guckt euch Rift an, der Download lohnt sich auf jeden Fall, der ist auch nicht ganz so groß. Ich bin insgesamt mit Patches, glaube ich, bei knapp 7 GB gewesen und das Spiel ist immer noch brandaktuell, die Server sind voll und der Support ist wirklich immer noch da, trotz der Free-to-Play-Umstellung wurden auch schon neue Patches, neue Content-Updates angekündigt. Also Leute, das war mein Free-to-Play-Review zu Rift. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Spiel geben. Ich freue mich, wenn ihr mir den einen oder anderen Kommentar da lasst. Ihr könnt mir auch gerne mal einfach schreiben, was ich mir als nächstes mal anschauen soll. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video. Und ich sag mal, ciao, ich bin dann mal raus.